Zum Anlass des Priesterjahres, das von Papst Benedikt XVI dieses Jahr verkündet wurde, entstand ein Video, das das priesterliche Leben in der Kirche zeigen und jene ermutigen soll, die sich dazu berufen fühlen. Die DVD trägt den Titel Alter Christus und wurde von HM Televisione in Zusammenarbeit mit der Kongregation für den Klerus durch die Gründung EUK MAMI geschaffen. Die DVD Alter Christus dreht sich um das Leben des Pfarrers von Ars und ermöglicht dem Zuschauer sein Wissen über die priesterliche Berufung, die Sakramente, das Zölibat und die Mission zu vertiefen. Das 30-minütige Video wurde in fünf Sprachen übersetzt, Italienisch, Französisch, Englisch, Spanisch und Deutsch und kann auf dieser Webseite bestellt werden. Um das Panorama noch zu vervollständigen, ist es möglich, in Alter Christus unter anderem einige Interviews zu sehen. Mit Kardinal Claudio Jumez, Präfekt für die Kleruskongregation, Kardinal Antonio Canizades, Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Kardinal Julian Herranz, emeritierter Präsident der Päpstlichen Kommission für die Auslegung des Kodex Iuris Kanonici, mit dem Erzbischof Mauro Piacenza, Sekretär der Kleruskongregation, dem Abt Michael John Zielinski, Vizepräsident der Päpstlichen Kommission für die Kulturgüter der Kirche und schließlich Monsignor Guido Marini, Zeremoniar der Päpstlichen Liturgie. Die DVD Alter Christus beinhaltet des Weiteren die Interviews in der Originalsprache und hat eine Gesamtspielzeit von 180 Minuten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017